ein wunderschön und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen wwe champions video hier auf diesem kanal und es wird ein kleines klitz kleines pack opening game meine lieben freunde ich habe ein bisschen was angesammelt und ja es gibt natürlich auch erst mal ein paar news hier erst mal gucken wir mal kurz über das team jetzt hier rüber ja die 28 hat sich sehr sehr geil gepusht hier guckt euch mal die karten an das ist versbar bei mir ging auch ein bisschen was ab hier shane mcmahon's payday vertragsangebots koffer ist abgelaufen dadurch habe ich jetzt hier diesen wundervollen paul honor für mr wonderful ja die alte legende hier an start bekommen noch nicht mal im ansatz und wie aufgelevelt haut auf jeden fall schon mal ganz gut rein und ja gucken wir auch hier auf unseren dritten hier playhard auch ordentlich am start sehr sehr geil ansonsten gucken wir aber kurz durch hier ja durch das team sehr 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 nice und ja mein lieben es geht ein bisschen was neues ab team fehde ist live tippen um details anzuzeigen würde ich sagen gucken wir uns gleich mal an die gruppe wartet auf mitglieder ja ich glaube der großteil von uns hat jetzt noch nicht so wirklich realisiert weil es glaube ich gestern erst irgendwann um weiß ja gar was auf den abend oder so gestartet ist auf jeden fall gibt es jetzt team events wenn man das nennen will aus der wwe supercard sprache quasi auch in wwe champions wie das ganze abläuft wenn wir hier voll sind kann ich noch nicht wirklich sagen aber es läuft im endeffekt so dass sie hier quasi ja einen roster aufstellen muss von neuen wrestlern der und jungs bei mir jetzt seltsamerweise irgendwie verletzt ich weiß nicht warum aber gestern war es auf jeden fall noch nicht die anderen sind hier auch irgendwie fast alle im arsch ich weiß nicht ob das jetzt quasi schon läuft und deswegen ich habe ehrlich gesagt noch keine ahnung ich muss es einfach mal so sagen aber auf jeden fall stellt ihr hier so ein roster auf quasi ähnlich wie im gaunt blitz modus den die meisten von euch ja schon kennen sollten und ja dann läuft das hier irgendwie ich nehme an automatisch dann gegen andere teams oder so natürlich jetzt wenn das so sein sollte das ist schon läuft verlieren wir hier natürlich bisher die ganze zeit auch weil wir jetzt noch nicht voll sind deswegen keine ahnung auf jeden fall ist es echt interessant hier steht ja auch jede gruppe muss fünf mitglieder besitzen sobald die gruppe vollständig ist beginnt automatisch die suchen nach einem gegner also deswegen kann es jetzt eigentlich noch nicht der fall sein deswegen verstehe ich noch nicht wirklich warum die hier alle schon angekackt sind weil als ich sie hier reingesteckt habe waren sie alle auf 100 prozent energie ich habe sie alle vollgepusht so also verstehe ich noch nicht so ganz vielleicht kann das ja einer die kommentare mal reinschreiben der weiß was das hier mit den verletzungen jetzt auf sich hat oder so oder oder ja aber das auf jeden fall schon mal am rande und ansonsten würde ich sagen meine lieben freunde kommen wir zu dem worum es nämlich wirklich ankommt ein kleines pack opening ja und zwar fangen wir hier einfach mal direkt an wir gönnen uns hier die tasche ich habe nämlich einfach mal die payday verlängerung mir gegönnt für was waren das jetzt 8 euro oder 8,99 oder so nachdem die 30 tage um sind ich dachte mir einfach scheiß was drauf jolo hatte ich jetzt bock drauf scheiß ich spiele es gerne wwe champions ja deswegen mache ich das gerne und deswegen holen wir hier diese packchen mal ab hier gibt's haunted tickets die ich inzwischen sogar auch muss ich sagen am liebsten hätte ja wir gucken einfach mal was wir hier so drin haben halt checken das mal ein bisschen ab hier haunted tickets sehr schön dann haben wir noch mal zwei taschen gehen wir gleich weiter hier ja auch noch mal tickets sehr schön die brauchen wir wirklich weil ich bin gerne den gold blitz modus und zwar immer auf schwer bisher habe ich noch keinen anderen gemacht und ja es gibt einfach unglaublich gut loots also was du daraus bekommst ist einfach der wahnsinn muss man einfach mal so sagen jetzt gehen wir hier mal rein und ja haben hier ordentlich was was wir pushen können sieht er schon deswegen wir fangen wir erst mal an mit der kostenlosen beute ja das sollte am schnellsten gehen hier 19 mal haben wir das öffnen wir den koffer und gucken mal was das hier so gibt wie es da rein fliegt hier im bildschirm leck mich am arsch also gucken wir mal was wir da so haben 600 credits dreimal injuries 500 credits ihr seht es ja selber ich brauch das nicht groß kommentieren auf jeden fall nice kann machen sag ich mal und das ist auf jeden fall auch so ganz entspannt ich muss nicht mal irgendwas klicken oder drücken dafür um hier die geile loot raus zu bekommen ja und ja da sind wir auch gleich durch ein bisschen kohle gab es auch noch mal dazu ein paar trainings karten injury karten und so weiter halt eben also von daher ja sieht er hier auch noch mal kann man machen nice gehen wir wieder zurück und ja jetzt haben wir hier unten noch victory beute vier mal die habe ich auch mal einfach angespart öffnen wir auch direkt gucken wir mal was wir hier drin haben hier kann jetzt sogar ein wrestler mit drin sein ja mal sehen ob wir da vielleicht ein bisschen glück haben also trainings karten hier auch noch ein bisschen was zum aufleveln und das ist auch gut weil diese dinger brauchen wir auch auf jeden fall ja diese poster karten oder wie man die nennt ja um eben unsere wrestler aufzuleveln aufs nächste level zu hieven so dann würde ich sagen gucken wir uns gleich die nächste nummer an und jetzt wird es halt ein bisschen spannender meine lieben jetzt wird es ein bisschen spannender und zwar premium superstars packs öffne sie und du hast eine chance auf gold superstars mit zwei stern das wäre natürlich das krasseste denn ich kann ja noch mal ganz kurz mein roster bisher zeigen das ist mein roster und ihr seht schon bisher habe ich jetzt nur ein es nur in anführungsstrichen ja nur ein wrestler mit zwei goldsternen das ist halt hier wie gesagt paul orndorf ja aus dem aus der payday tasche mit der 30 tasche gab es das ganze dahinter haben wir dann hier den zwei bronze sterne dolf ziggler ja dann den undertaker aus dem undertaker paket aus dem starter paket bei der way ihr seht auch übrigens genau das kann ich dabei auch mal gleich kurz sagen es gibt noch eine neuerung in wwe champions und zwar sieht ja hier diese striker klassen und zwar gibt es hier quasi wir können es hier noch mal sehen also zum beispiel paul orndorf ist ein techniker defensiv ach nee hier das steht hier gar nicht okay aber auf jeden fall es gibt neue vier verschiedene neue klassen und die können sich noch mal aushebeln aber nur dann wenn du mit deiner farbe mit deiner klasse quasi den vorteil gegenüber deinem gegner hast nur dann ja mal gucken ob wir da eventuell gleich noch mal irgendwie auf einen text kommen auf jeden fall hier seht ihr ja halt das sind bisher so einfach meine stärksten wrestler bisher im spiel und ich gucke mal ganz kurz ich glaube hier oben gab es einen kleinen infotext zu der nummer ability styles genau adjoining the fight also jeder superstar hat also bekommt jetzt einen der vier abilities also ja wie sagt man halt auf deutsch fähigkeiten sag ich mal ja und aggressive defensive chaotic oder focus ja und hier steht auch noch mal aggressive und defensive superstars kontern sich jeweils ja und die chaotischen und die fokussierten superstars kontern sich jeweils aber und das steht hier auch ganz wichtig diese ability styles ja fügen sich nur gegenseitig schaden zu wenn du halt mit dem superstar halt eben in dieser farbklasse ja den vorteil hast nur dann ausschließlich also deswegen auch hier noch mal wirklich neuigkeiten im spiel wir gucken uns das noch mal bei paul orndorf an er hat hier zum beispiel die defensiv fähigkeit und würde dann damit wenn wir noch mal hier rauf gucken halt eben ja mit defensiv genau mit defensiv würde er quasi den aggressiven aus schlagen oder fertig machen und aber das nur dann ja das nur dann wenn er ging ein roten wrestler antritt ja mit der roten klasse nur dann gegen einen powerhouse müsste das sein nur dann bekommt er noch mal einen extra boost ja also das ist auf jeden fall auch ziemlich nice man merkt dass die hier auch ein bisschen was vor haben mit dem spiel jetzt gibt es hier team events und 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 also auf jeden fall das ist eine coole sache aber wie auch immer wir kommen jetzt so mit dem premium superstars package und wir gucken noch mal hier kurz rein was es hier so geben würde ja zum beispiel so ein diamond dallas page big e langston zwei sterne gold ja karen ounce und so weiter also ihr seht schon alles dabei ein sterne gold und 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 ja es wäre natürlich geil es wäre natürlich geil wenn wir hier glück haben und entweder sonst also irgendwas mit zwei sterne auf jeden fall raus bekommen das wäre sexy das wäre einfach sexy irgendwas mit zwei sterne würde ich schon hart feiern und wir haben insgesamt jetzt drei packs die wir öffnen können einmal mit den chips hier ja und ihr seht ja da oben an ihr seht ihr nicht fest ich habe auch noch mal 800 cash angespart also deswegen drei packs können wir öffnen das erste machen wir jetzt aber hier mit den chips und deswegen würde ich mal sagen ab geht der peter und kommen baby gibt mir was geiles gibt das geiles gold und ein sterne ok roman reigns nxt edition ja na gut nehmen wir einfach mal nehmen wir einfach mal ich weiß gar nicht wir müssen noch kurz schauen gibt es ja eigentlich auch ein sterne bronze ich glaube ein sterne gold ist hier schon das schlechteste was man hier rausziehen kann na gut ich würde sagen machen wir weiter meine lieben freunde und zwar können wir diesmal die packs öffnen mit cash zwei stück haben wir noch und reiner na jetzt willst du irgendwie nicht irgendwie würde ich gerade nicht dann holen wir uns kurz den roman reigns ab keine ahnung woran das jetzt liegt wo ist er denn hier brandneuer roman reigns der zweite den wir jetzt schon haben mit seinem sexy schlipper aus der nxc zeit und da ist er roman reigns is cousins movie star oh yeah striker chaotisch also damit können wir auf jeden fall irgendwann eventuell auch was anfangen ähm gucken wir er hat hier die graue klasse und der roman reigns hier hat eine rote klasse also kann eventuell in irgendwelchen events wo er auch als voraussetzung angenommen wird eventuell ganz nützlich sein müssen wir mal schauen und jetzt gehen wir auf jeden fall hier wieder rein und jetzt hoffen wir dass es jetzt irgendwie funktioniert na ja jetzt klappt es wunderbar komm und jetzt gibt mir was dickes ich will die zwei sterne sehen egal welche farbe komm oh ok Titus und Neil jetzt haben wir Darren Young und Titus und Neil die primetime players millions of dollars und ich würde sagen den holen wir uns auch direkt ab äh gucken wir uns kurz an hier haben wir jetzt das perfekte tag team dann hier die primetime players oh yeah wurde ja zum vater des jahres in irgendeinem jahr ausgezeichnet wow ja gut dann würde ich sagen aber ey ihr seht schon ne unser nächster wrestler wird der zwanzigste wrestler in diesem game und ähm das wäre doch mal ne feier wenn wir jetzt nen 3 äh 2 sterne wie noch immer bekommen so das wäre doch mal ein bisschen die 10 Pondels so würde ich mal sagen und deswegen wir klicken gleich rein und gönnen uns das nächste Package und komm bitte gib mir was geiles gib es mir gib es mir komm wir Champions komm oh the world's largest athlete the big slow ja gut ok sollte nicht sein trotzdem egal wir holen immerhin äh wrestler die wir noch nicht haben denn ich glaube die Möglichkeit würde ja auch bestehen dass wir hier das hatten wir glaube ich sogar im letzten Video wenn ich mich nicht irre dass wir da nochmal einen Darren Young gezogen haben von daher nehme ich alles neue mit denn das hilft uns auf jeden Fall irgendwann mal äh 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 trotzdem wenn wir den oder den halt benötigen wir holen auch den äh Big Show hier gleich noch ab und gönnen ihn uns oh yeah it's the big slow Paul White der sieht irgendwie ja egal da sag ich nicht zu ja gut also wir haben auf jeden Fall jetzt 20 wrestler am Stizzle finde ich ganz cool und ähm ja ich würde sagen das soll es von der Stelle aus dann auch gewesen sein hier ähm hat mir auf jeden Fall hier auch nochmal ein Boost vom Gesamt Rating gebracht so aber darum geht es jetzt nicht mehr so ähm ja ihr könnt ja mal reinschreiben wie euer Roster bisher aussieht oder was eure stärksten Karten einfach eure drei stärksten Wrestler in WWE Champions äh so sind beziehungsweise generell auch was ihr von den Neuerungen jetzt haltet mit den vier Klassen da halt eben mit diesen also vier Abilities beziehungsweise auch von dem Team Event ja ähm generell ja was ihr zu WWE Champions halt weiterhin zu sagen habt würde mich auf jeden Fall sehr interessieren ansonsten wisst ihr wie immer checkt Twitter und Facebook ab ja wenn ihr wissen wollt wann Videos kommen oder halt eben auch Streams wieder am Start sind auf Twitch oder ähm ja checkt generell auch Twitch ab eben alle Links findet ihr wie immer in der Beschreibung genauso wie zu Instant Gaming meinem Partner ja bei dem ihr ab Freitag dem 24. März bis zum Freitag dem 31. März 23.45 Uhr und wenn ihr euch eine Woche lang mal wieder Zeit habt ein PC Spiel eurer Wahl zu gewinnen ja checkt dafür einfach Twitter und Facebook ab wo ich die Links mal reinhau oder auch auf dem Twitch Server haue ich sie genauso rein von mir und ähm ja jeden Monat gibt es zweimal solch ein Giveaway mit meinem Partner Instant Gaming das ist auf jeden Fall mal eine super super geile Sache vielen Dank dafür auch nochmal an die Jungs und ähm deswegen checkt am besten immer Twitter und Facebook ab lasst ein Like da oder ein Abo oder was auch immer ein Follow halt eben ja damit ihr da immer informiert seid wann wieder ein Giveaway startet und ähm ja alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung ihr könnt mich natürlich auch gerne kostenfrei also ohne irgendwelche zusätzlichen Mehrkosten bei Instant Gaming unterstützen indem ihr eure PC Spiele zu den besten Preisen dort kauft ja über den Link den ihr auch in der Beschreibung findet genauso wie bei Amazon würde ich mich auch sehr sehr freuen wenn ihr mich darüber unterstützen würdet halt ihr zahlt nicht 1 Cent mehr ja aber supportet mich und ähm ja wenn ihr da die Links zu braucht findet ihr sie alle in der Beschreibung ich bin dann erstmal raus wünsche euch eine geile Zeit schon mal ein wunderschönes Wochenende und alles Liebe haut rein bis zum nächsten Mal